Hallo, Grüezi, Mobbing und herzlich Willkommen zu dem MetArena Nr. 53, wie immer mit dabei. Jens. Hallo, Jens. Hi, Kurz. Ja, wir kommen jetzt zum Feedback von dem MetArena 52 und da hat es einen Kommentar gegeben, und zwar ganz einfach einen Link zu einem weiteren YouTube-Video von Sam Harris, der einen Vortrag hält, wie man kann oder ob man künstliche Intelligenz erschaffen kann, die uns nicht töten will. Sehr, sehr spannend, sehr zu empfehlen, knapp eine Viertelstunde. Auf Englisch allerdings kommentiert hat das Donovan mit zwei A. Ja, ansonsten eher wenig Feedback, schade eigentlich, weil ich eine coole Folge fand, sehr zu empfehlen, auch wenn ihr jetzt die schaut und die letzte noch nicht gesehen habt. Ja, was man natürlich auch immer machen kann, ich sehe gerade, wir haben Talon. Enttäuscht, erbost und besorgt. Ja, was er immer machen kann, ist... Liken, sharen, klicken, surfen, posten, swipen, taggen, snappen. Genau, so, jetzt stimmt's. Ähm... Dann, ich weiss nicht, ob ihr das seht, daheim vom Bildausschnitt, den wir da haben, wir haben da ein wenig umdisponiert, die ganze Geschichte, weil da hinten steht jetzt neu ein dritter, allerdings bis jetzt hypothetischer Screen. Wir haben den noch nicht, darum ist das alles so ein wenig verschoben, und an dieser Stelle natürlich den Hinweis paypal.me slash metarena oder auch einfach metarena.ch slash support. Könnt ihr euch unterstützen, weil so ein Screen kostet auch ein wenig Geld. Aber ja, äh, dann noch Live-Demokratie. Nein, gefühlt es natürlich nicht jetzt aus, aber wir haben es doch mal vom E-Voting gehabt. Mhm. Jetzt wäre es soweit, man kann für oder respektive gegen das E-Voting unterschreiben. Äh, die Aktion ist gestartet. Initiativkomitee E-Voting-Moratorium kann man sich das Teil runterladen, unterschreiben und man muss es nicht mal frankieren, man kann es einfach zurück schicken. Äh, auch ganz wichtig, bitte unterschreiben, hier falzen, nicht abreissen. Mhm. Weil, das da oben muss noch draufstehen. Ja. Wir hatten bei einer Sammelaktion mal, die es da geheissen hat, hier abtrennen. Dann haben wir Jens die halbe bekommen und dann hat es gesagt, ja die sind nicht gültig. Ja toll, ja. Du könntest da ja sagen, ja da geht es um rettete Baby-Robben, unterschreiben mal. Mhm. Mhm. Mhm, ja gut. Ja, das machen, Jens machen. Okay. Oh, habe ich da zum Wahlbetrug gegangen? Ah nein, im Moment andere Geschichte. Ja. Dann hätten wir das. Ah ja. Spam-Mail. Kannst du dir erinnern, wir haben das auch auf der Homepage aufgeschaltet gehabt, als ich habe mir vorwerfen lassen, ich sehe einen grossen, perversen. Mhm. Ich meine, früher wollte er dem Prinz noch Geld schicken, das ist dann diese Thematik gewesen. Und dann als grosser Perverse muss ich mich beleidigen lassen. Ich habe wieder eine Spam-Mail bekommen. Schön. Ich habe mich köstlich amüsiert. Und das Mal hat es geheissen, in den Klammern zu den Videos, in denen ich geschaut habe, ja. Sie haben einen guten Geschmackssinn. Haha. Ja, ja. Ich habe jetzt ganz allgemein meinen Videokonsum nicht sonderlich verändert, aber der Werder-Appreisser hat wohl mehr Geschmack gefunden an dieser ganzen Sache. Sehr, sehr schön. Ja, das wäre es, glaube ich, für den Moment. Dann könnten wir ja anfangen mit... Und ich habe Tele-M1 geschaut diese Woche. Wir haben ja häufig das Rahmenabkommen diskutiert in der Meta-Arena. Wir haben auch häufig einfach auf vorangegangene Meta-Arena verlinkt. Mhm. Tele-M1 hatte das Rahmenabkommen behandelt. Und zwar, äh, sind es Passanten gefragt. Oh. Was wissen ihr über das Ding? Mhm. Schauen wir mal rein. Was man aber sagen kann, aus journalistischer Sicht, die Art des Beitrags war der letzte Beitrag am Montag. Mhm. Die sogenannte Lückenfüller. Äh, nehme ich jetzt mal an. Die Art des Beitrags ist natürlich cool, kann man mal machen. Ich habe nicht also auch audio-technisch und so weiter. Ich habe nichts verändert. Das ist so. Dann am Schluss auch, gehört man genau so. Und ist so auch gesendet worden. In der Nachrichten fällt das Wort schon fast im Akkord. Das EU-Rahmenabkommen. Bei den Parteien sorgt das für ungewohnt scharfe Töne. Viele Leute in unserer Region verstehen beim Rahmenabkommen hingegen nur den Bahnhof. Thil Burgherr und Therese Schenker haben... Ist das ein wenig laut? So im Vergleich zum Rest. ...heut den Test gemacht. Es geht wohl um das wichtigste Geschäft für die Schweiz mit der EU. Ich rede vom Rahmenabkommen. Wie gut weiss Herr und Frau Schweizer Bescheid, ich mache einen kleinen Test. Wie es der Begriff schon verratet, geht es bei dem Vertrag zwischen der EU und der Schweiz darum, einen Rahmen zu definieren. Ein Rahmen, der übergreifende Fragen zu den bilateralen Verträgen regelt. Aber was heisst das genau? Keine Ahnung, sorry. Nein, wirklich nicht. Nichts, keine Ahnung. Ich weiss nicht, ich wandere zwar aus in die EU, aber ich weiss nicht, was das... Jetzt seid ihr doch so im Bild. Ja, jetzt müsste ich eigentlich etwas gescheit sagen, oder? Die EU passt ihre Marktregeln laufend an. Bei jeder Veränderung des EU-Recht müssen die Verträge mit der Schweiz bis jetzt mühsam einzelnahen verhandelt werden. Das Rahmenabkommen soll das vereinfachen. Apropos vereinfachen, so einfach habe ich es mit meinem Rahmen auf der Strasse nicht. Also ganz ehrlich, Kollegen. Wenn wir irgendjemanden mit einem Rahmen und einem Mikrofon ansäckeln und einen zweiten Dude mit der Kamera hinten drin. Ja, Flucht, Flucht, sofort. Ein Rahmenabkommen, das ist ja so im Rahmen, das gesamte Paket. Nein, nein, nein. Achso, Sie sagen dreimal nein, oder was? Einmal etwas mit Rahmen. Die Schweiz hat über 120 Verträge mit der EU. Laut dem Bundesrat betrifft das Rahmenabkommen aber nur fünf Verträge. Zum Beispiel die Personenfreizügigkeit, den Luftverkehr und das Agrarabkommen. Ja, es geht um das Verhältnis zu der Schweiz oder der EU zu klären, oder? Wo Sie spezielle Abkommen haben betreffend Wirtschaft? Ja, es geht um die Grenzen abgesteckt, wie das ganze Politische dort, das hätte denen ausgerichtet sein. Es geht um die Wirtschaft, es geht darum, dass es weiter weiss, was alles zaufrei verschifft werden kann. Also wer darf wen wo was verkaufen, wer darf wen wo wohnen, wer darf wen wo arbeiten, solche Sachen. Gratulieren Sie, Sie sind im Bild. Okay. Kritisieren tut das Planabkommen, die SVP und auch die Gewerkschaften, die sich Sorgen um den Lohnschutz machen. Der Wirtschaftsdachverband sagt, der Zugang zum europäischen Binnenmarkt sei zentral für die Schweizer Wirtschaft. Und ist darum für das Rahmenabkommen. Ich hoffe, Sie sind jetzt ein wenig besser im Bild über das Rahmenabkommen. Noch weiter darauf einzugehen, wie Sie für diese Sendung den Rahmen sprengen. Nicht meine Akustik gewesen. Haben Sie so im Beitrag drin gehabt? Kann man ja mal machen. Locken jetzt ein wenig auf. Aber ja. Ja. Ich habe ja nichts hinzuzufügen. Ja, dann machen wir die Zeugung weiter mit der You Air. Wir erinnern uns an, ähm, was ist es gewesen? Da die Hurenhochzeit. Pre-Wedding in St. Moritz, wo der Pressesprecher gekommen ist. Ja. Dort haben wir es doch gesagt. Ja, das ist übrigens der Krisenmanager der You Air. Wir achten uns. Über ein halbes Jahr ist seit dem Absturz von einer Tante You letztes Sommer vergangen. Der Untersuchungsbericht zur Tragödie ist noch nicht fertig. Trotzdem verbietet das zuständige Bundesamt den You Air jetzt die kommerzielle Passagierflüge. Ist das jetzt das Ende für die Airline? Karin Neutl berichtet. So sieht mir Tante You ihr Nächste nicht mehr. Die Oldtimer-Flieger dürfen nicht mehr abheben. Das hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazzel entschieden. Ist das nicht bereits der Fall? Ich meinte ja auch, aber sie sagen es im Beitrag. Ja. Aber ja, recht bemerkt. Und der You Air die kommerziellen Passagierflüge verboten. Der Grund ist der Absturz letzten August. Jetzt ziehen das Bazzel Konsequenzen. Es hat eine Materialermüdung stattgefunden. Nach dem Absturz hat man festgestellt, dass es hier diverse Orte Korrosionsschäden gegeben hat. Korrosionsschäden, die man nicht entdeckt hat für normale Wartung. Und da sind diverse Probleme aufgetaucht, die jetzt gelöst werden müssen. Bevor die You überhaupt durch die Luft darf. So lange bleibt Tante You anboden. Nachher darf die You Air nur noch mit Vereinsmitgliedern fliegen. Also stimmt es schon, dass Bissaf weiter bis das geklärt ist. Aber wenn das geklärt ist, dann ist es einfach ein kommerzieller Verbot. Richtig. Aber wobei auch bis zum Zeitpunkt des letzten Augusts, der Grossteil der Flüge, die eigentlich gebucht wurden auf diesen Vögel, der bereits von Mitgliedern des Klubs tätig wurde. Genau, da kommt er ja noch drauf. Aber in diesem Fall ist es doch so, dass es im Moment keine Starterlebens gibt. Momentan nicht. Dann kann man den Einstieg doch so machen. Ich habe gemeint, es sei nur ein kommerzieller Verbot. Nein, wir müssen die Dinge erst wieder zusammenschrauben. Kommerziell. Die You Air sei zu dem Entscheid. Bei unserem Betrieb in der Schweiz hat er keine grosse Tragweite. Wir dürfen jetzt nicht mehr kommerzielle Passagiere befördern, aber wir dürfen sie weiterhin als Vereinsmitglieder befördern. Und bereits jetzt sind fast 100% unserer Schweizer Passagiere Vereinsmitglieder. Ob Vereinsmitglieder oder nicht, damit kann man einen Absturz wie im August 2018 Pizzenjas nicht verhindern. Und das sei auch bei weitem nicht die einzige Massnahme, versichert das Bazzel. Technik müsse aufgerüstet werden, dass die alte Tante Ju überhaupt wieder abheben darf. Dazu kommen weitere Bestimmungen. Mit Wert. Tele M1. Muss man das noch dreimal zeigen und einmal in slow-mo? Ja, ich würde sagen, da ist schon ein bisschen geäußert dran. Also. Nein, das darf man nicht machen. Relativ einfach. Nein, finde ich nicht okay. Ja, es hat ja gut und gerne 20 Leute das Leben gehofft in dem Moment, wo wir jetzt hier schön wiederholt gesehen haben. Also ja. Und neue Zeitlupe, das ist wichtig. Nein. Wir werden Imitationen machen bezüglich Anzahlpassagiere. Wir werden Imitationen machen bezüglich Geflogen, wo geflogen wird. Also dass vielleicht auch dicht besiedeltes Gelände gar nicht mehr überflogen werden. Sie dürfen auch nicht mehr ins Ausland, wenn sie wieder eine Flugbewilligung bekommen. Und für diese Bewilligung muss die UR Phil investieren. Auch finanziell, zum Beispiel in Experten. Wenn und ob Tante Ju in der Schweiz wieder abheben darf, entscheidet Spatzl, wenn alle Sicherheitsmassnahmen, die sie stellen, erfüllt sind. Ja, das ist das eine, die ich hier aussetzen habe. Das hätte nicht sein müssen. Ja, gleichzeitig finde ich es eigentlich wichtig, dass man schaut, dass die historischen Maschinen in Luft bleiben. So meiner Meinung nach. Ah ja, gut. Das ist ja eine Sache vom Verein schlussendlich. Das nötige Kleingeld aufbringen und die Sicherheitsbestimmungen. Das ist schon die Frage. Je nachdem, wo die Staat ist, wenn es damit recht ist, dass sie oben runter basieren. Nein, dann halt. Ja gut. Alles, was fliegt, muss man mit Rechnung das oben runterkommt. Ja. Boing! Was? Ja, wenn man es dreimal zeigen kann, kann ich jetzt auch Boeing sagen. Und dann kann sie das selber denken. Ja, das ist grundsätzlich wichtig. Aber es gibt natürlich Gründe, warum man die Bewilligungen erteilt oder entzieht. Wenn es keine Bewilligung mehr gibt, dann ist es dann halt etwas für das Museum. Also Exküse. Ja. Ja. Ganz eine andere Thematik, nämlich Cabotage. Das war mir ein Begriff, der mit der ganzen Flixbus-Geschichte angefangen hat. Mhm. Dass man auch von Winter nach Bern fahren darf. Das hat Cabotage-Verbote. Darum ist das nicht gegangen, ob man lockern wollte oder hat man gelockert. Wie immer ist alles im gesetzgeberischen Prozess. Mhm. Betrifft aber auch Gütertransport. Und da halten sich wohl nicht alle dran. Über Jahre beauftragt eine Aargauer Firma ausländische Lastwagenunternehmen mit Transportauftrag innerhalb der Schweiz. Das ist nicht erlaubt und hat jetzt ein finanzielles Nachspiel und eine Strafuntersuchung zur Folge. Wie Recherchen von Tele-Mais zeigen, handelt es sich beim Auftraggeber um die Firma Dreyer-Zur. Karin Leupi und Philipp Ammann. Über 1500 Mal soll eine ausländische Firma im Auftrag von Dreyer innerhalb der Schweiz Transport gemacht haben. Damit soll ein Aargauer Transportunternehmen im grossen Stil gegen sogenannte Cabotage-Gesetze verstossen haben. Es ist natürlich so, dass im Staat durch diese Abgaben entgangen sind. Und zwar eben die Zollabgabe, die jetzt gezahlt wurden, und die Mehrwertsteuerabgabe, die jetzt gezahlt wurden. Und diese Abgabe in der Höhe von 218'000 Franken einfordern. Ausländische Lastwagen dürfen in die Schweiz fahren und dort die Ware auf- oder abladen. Das Cabotage-Gesetz verbietet den ausländischen 40-Töner, aber Transport innerhalb der Schweiz auszuführen. Inlandtransporte dürfen ausschliesslich Lastwagen mit Schweizer Nummern machen. Genau das Gesetz soll Dreyer umgangen haben, in dem ausländische Lastwagen im Inland für Saargauer Transportunternehmen gefahren sind. Vor der Kamera möchte der CEO von Dreyer heute nichts sagen. Er schreibt uns. Beim laufenden Verfahren handelt es sich um das Verschieben von leeren Sattelaufliegern. Wir sind gerne bereit, nach Abschluss, wie auch immer der Fall verläuft, die Details bekannt zu geben. Doch auch das Verschieben von leeren Anhängern im Inland ist laut dem Cabotage-Gesetz verboten, wenn es ein Lastwagen mit ausländischer Nummer macht. Ein Blick ins Archiv zeigt, Hans-Peter Dreyer ist 2006 schon mal vor Gericht gestanden, weil seine Chauffeure die Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten haben. Beim Schweizerischen Nutzfahrzeugverband Astag hat man nicht die Freude, wenn Schweizer Transportler gegen das Gesetz verstossen. Das gefährden die Arbeitsplätze in der Schweiz. Grundsätzlich schadet eine Verletzung oder Verstoss gegen ein Gesetz immer. Darum hat man das Gesetz. Wir sind überzeugt, dass hier die Unkulziffer hoch sind und dass wir vehement darauf pochen, dass die Kontrollen vor der Zollverwaltung wahrgenommen werden. Die beteiligten Firmen müssen die eidgenössischen Zollverwaltung Abgaben von über 200'000 Franken zahlen. Die Firma Dreyer hat die Zollner angezeigt, sie muss auch noch mit einer happigen Busse rechnen. Im heutigen Fokus reden wir dann noch ausführlicher über den ganzen Fall und was für Konsequenzen die Nutzfahrzeugbranche haben könnte. Schön, eigene Recherchen, weitere Recherchen von Tele-M1 zeigen und gerade noch einen Fokus daraus machen. Das weitere Programm fühlt man sich abgeholt, finde ich gut, kann man machen. Jetzt sagt mir Windows gerade, dass ich Updates benötige. Ich würde sagen nein. Oh, ein dubioses Auto. Du hast deine Häute mit einem Parkplatz und einer Garage. Es steht ein fremdes Auto vor deiner Garage, du kannst nicht reinfahren. Was könnte man da machen? Ich würde mich abschleppen lassen. Aber da kostet Geld. Ein dubioses Auto. Demenziker Raphael Brunner hat ein Auto, das er gar nicht will. Es steht zwar auf seinem Parkplatz, gehört aber nicht in ihm. Was er zum ungewollten Geschenk sagt und wie er es wieder wegbringen will, im Beitrag des Frock-Potschei und Christoph Gerber. Der Raphael Brunner hat eigentlich nichts gegen den blauen Citroen, wenn er nicht ausgerechnet vor seiner Garage würde stehen. Schöner Einstieg in den Beitrag. Also gegen das Auto an sich hat er nichts. Einfach dort wo es steht. Es steht einfach ungünstig. Das könnte meist als Einstieg brauchen, wenn es um das nächste Asylheim geht. Jemand hat das Auto gestern Nachmittag unverschlossen bei seinem Haus abgestellt und seit er nicht mehr abgeholt. Das macht einen schon sauer, wenn man ein fremdes Auto auf dem Parkplatz hat vor der Garage. Die Garage kann man fast nicht nützen. Und die Polizei und einem selber sind einfach die Hände gebunden. Die Polizei hat nämlich schon gestern Abklärungen getroffen. Offenbar hat sogar die Luzerner Kantonspolizei nach dem Auto mit Solothurner Nummerenschuld gefahndet. Inzwischen aber kein Interesse mehr. Kurios ausserdem, der Besitzer vom Citroen C5 ist gestern Abend beim Raphael Brunner vorbei gegangen und hat versprochen sein Auto bis heute Morgen abzuholen. Das Auto steht immer noch da. Jetzt sind es heute Morgen wieder da gewesen und haben gesagt, ja bis zu Abend. Aber irgendwann haben wir das schnellste Fall. Das Auto muss man wegziehen. Also eindeutig ein Fall für den verbale Zweihänder. Wenn die vorbeikommen, dann nimmst du mit. Weil momentan kann der Menziker sein eigenes Auto nicht in die Garage stellen. Laut Rechtsanwalt André Kuhn bleibt am Raphael Brunner jetzt nur eine Möglichkeit. Er kann das Auto auf eigene Kosten abschleppen lassen. Der Autobesitzer muss natürlich damit rechnen, wenn er auf fremdem Grund unberechtigter Weise parkiert, dass das Auto abgeschleppt wird und dass dann der Huseigentümer die Kosten wieder gelten macht. Das könnte aber nicht so einfach werden. Die Spur des Autobesitzers führt ins solotonische Wäschlo und zu einem offenen Briefkasten, wo unter anderem schon ein Brief vor der Polizei drin liegt. Der Raphael Brunner tendiert jetzt zu einer schnellen Lösung. Also wenn es zu Abend noch länger da steht, dann werden wir mit dem Traktor das Auto an die Strasse rausziehen, weil dort wird es schon entsorgt. Und das Kapitel mit dem blauen Citroen in seiner Garage-Einfahrt wäre so für Raphael Brunner endlich abgeschlossen. Macht. Also geile Idee, würde ich genau so angehen. Ich würde mir sogar überlegen, ob das noch zu Hilfe auf dem Zettelstreifen muss stellen, dass die anderen nachher richtig blühten. Aber macht nicht er sich dann auch strafbar, wenn er einfach irgendein Auto an die Strasse raus rührt? Sofern es Beweis gibt, wenn irgendwer das ganze fotografiert hat. Es gibt einen Fernsehbeitrag, der noch die Tat androht. Das wäre naheliegend. Ja. Ja, ja. Und sonst hoffst du es einfach irgendwo verwiesen. Okay. Hauptsache weg. Ja, voll. Ja, aber dass die noch vorbeikommen. Das ist Next Level. Nein, nein, wir können jetzt schon mal holen. Uh, der Kollege ist gerade noch unterwegs. Ja, der Schlüssel ist noch und ich muss noch die Klüpperchen sortieren. Das sind wirklich keine faule Ausreden. Ja, spannende Sache. Wir kommen zum Freitag und natürlich gewinnen wir uns da den Beitrag zum Klimastreik, der internationalen Bewegung, die unter anderem auch in Baden unterwegs war. Es gibt Zeit, in Sachen Klima den Notstand auszurufen. Auf der ganzen Welt demonstrieren heute Jugendliche. Weit über 1000 Schüler sind auch in Aarau und Baden auf die Strasse. Und die jungen Klimaaktivisten sind nicht mehr allein. Sie bekommen Unterstützung von prominenten Politiker. Tilburgherst. What do we want? Climate justice! When do we want it? No! Ich höre schon irgendwelche um einander schreien. Weisst du, und dann reden jetzt nicht mal Schweizerdeutsch. Irgendwelches Arme-Zeug schreien zusammen. Das wäre jetzt aber meine Impul gewesen bei dem englischen Akzent. Also meine ist überhaupt nicht besser. Aber wenn man halt so einen hat, dann redet doch Schweizerdeutsch. Das käme einfach besser an. Und der Wert hat weniger zu rumzufluchen. Wollt ihr vom Rasen? Und dann noch auf Englisch? Nein. Aktivisten stürzen sich heute am Morgen in Aarau in strätzenden Regen. Trotz dem schlechten Wetter sind rund 500 vor allem jugendliche Demonstranten gekommen. Ich finde es interessant. Ausserdem habe ich einen Schemann in der Kappe. Mit dem wird es schon überleben. Sehr gut. Trotzdem regt es. Es ist nass. Aber ja, ja. Aber die Richtungen kommen sowieso. Und es ist gerade eine Schweigen-Minute. Also man kann ruhig sein. Nach der Schweigen-Minute für alle Klimabetroffenen entdecken wir Daniel Hölzle. Präsident der Grünen Aargau. Läuft der jugendlichen Klimastreiker hinten rein. Der Sonnemann auf der Schulter. Es geht auch um seine Zukunft. Und ich finde es super, dass die Schüler jetzt wieder mal aufstehen. Ich befrüche als Schüler auch den Augen zu demonstrieren. Und ich finde es gut, dass jetzt auch die heutige Jugend wieder mal aufsteht und die Eltern sagen, dass es durchgeht. Es kommt dann aber auch noch darauf an, welche Jugendlichen das man hört. Also zum Rand der Demo hat es auch jugendliche Gegner, die nicht fürs Klima demonstrieren wollen. Wir gehören jetzt an jugendlichen Gegner. Und... Also inhaltlich ist ihm das, glaube ich, schon recht. Und das ist schon okay. Aber es gibt natürlich ein Problem. Ich bin ja sowieso sehr kritisch, dass das anbetrifft. Vor allem auch der Bus ist 10 Minuten festgestanden. Nehmen wir an, es wird noch jemand verzogen und verpasst noch so etwas. Oder? Es ist eigentlich furchtbar. Ich meine, es wird einen bringen. Mitmarschieren! Es verpasst jemand seinen Zug. Das ist furchtbar. Nein. Aber ich meine, wenn man dann überhaupt in den Zug will. Wieder elende Leute im Zug will, ist es... Ja. Solidarisieren! Gegen tausend Demonstranten in Baden sehen das anders. Da mischt sich am Nachmittag auch Cedric Wermut unter das junge Volk. Auf den Nationalrat wirkt das offenbar wie eine Frischzellenkuh. Es geht nicht darum, ob Politiker und Politiker sich solidarisieren. Die Politik hat in der Breite versäht und es ist eine civilschaftliche Bewegung. Und als das bin ich auch da. Aber genau zu zeigen, dass es Leute auf dieser Seite stehen. Auch die Theatermacherin Stella Palino versteht sich als, Zitat, Klimawandlerin und stürzt sich in die jugendliche Massen. Irrsinnig, dass sich die Leute empören, dass man wieder den Mund aufmacht. Empörung ist ganz wichtig, finde ich ja. Auf der ganzen Welt haben heute Jugendliche gegen die Klimaerwärmung demonstriert. Und immer mehr Erwachsene sympathisieren mit den jungen Aktivisten. Da ist Bewegung drin. Also wenn ich so einen Lehrer wäre, der einen gar gestreckt würde, würde ich einfach Sport reinschreiben. Ja, wir kommen intensiv noch auf das Thema zu sprechen. Weil die Arena geht dann genau um das. Samsthin hat schon reingeschaut. Können wir uns in Winterthur gar nicht vorstellen. Verkehrsüberwachung. Hm. Weil Aargau hat ja spannende Gesetzgebung. Fickse Blitzer findet man im Aargau keine. Fickse. Buss. Fickse. 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 Doch. Ach! Kameras sind hingegen schon. Die filmen, wenn jemand durch das Fahrverbot fährt. Und Buss? Die kommt dann auch ganz bald. Sinnvoll oder schlicht Schikanen? Der Tillburgherr ist dieser Frage nachgegangen. Sie sind klein und unscheinbar, machen kein Geräusch und blitzen auch nicht. Die Verkehrsüberwachungskameras. Wer trotz Verbot an ihnen vorbeifährt, kassiert einen Busse von 100 Franken. Das sei die Abzockerei, sagt die Grossrätin Stefanie Heimgaard. Darum sind ihre Kameras ein Dorn im Auge. Es fährt sowieso nur jemand dort hinein, der auch Zubringer ist und dort hinein muss. Es fährt niemand freiwillig durch die Stadt als Abkürzung. Und darum ist es für mich eine Schikaner. Die Kameras sind offenbar ein beliebtes Mittel. In Baden steht eine, die Brücke hat sogar drei und auch in Saarau und in Rheinfelden hat sie jeweils eine Kamera. Die Bevölkerung steht der Kamera zu einspältig gegenüber... Hast du die Zahlen gehört? Das ist ein Skandal. Da hat es mehr Blitzkasten, bis ich auf der Autobahn bin. Viele bemerken sie aber auch schlicht nicht. Aha, das habe ich ja nie geachtet. Nein, das bringt schon etwas. Sollen alle folgen. Ich finde auch für das Gewehr, das kommt abladen, sollte man eigentlich keine Bussen verteilen. Betroffen ist die Metzgerei Müller von Baden, die das Geschäft ganz in der Nähe der Kamera hat. Sibylle Müller erzählt, sie sei für ein Grillfest mehrmals mit ihren Wegen durch den Stadtturm gefahren. Dann sei die böse Überraschung gekommen. Sie sind vier, fünf und zwanzig Bussen gekommen, alle einzeln verpackt. Und dann hat mein Mann dann einmal gefragt, was los ist. Und dann haben sie gesagt, sie hätten eine neue Kamera. Und die hätten uns einfach hin und her geblitzt. Und dann hat er das Gespräch gesucht mit dem Polizisten. Aber das ist nicht gegangen. Ja, das ist absoluter Blödsinn und es ist auch ein Skandal. Jetzt habe ich auch den Betrag abgehackt. 2'000 Franken müssten wir hinblättern und die Metzgerei Müller ist kein Einzelfall. Auch in Saarau bei der Kettenbrücke steht eine Verkehrsüberwachungskamera. Der Chef der Stadtpolizei sagt, sie hätten den Auftrag, das Fahrverbot durchzusetzen. Und ohne Kamera wäre das vom Personal her gar nicht zu stemmen. Aber auch hier sind Autofahrer am gleichen Tag mehrmals durch das Verbot. Selbstverständlich gab es auch schon Leute, die einfach ein Missgeschick gemacht haben. Und sie haben das Verbot nicht richtig interpretiert und sind an einem Tag sechsmal heruntergefahren. Und das ist natürlich unglücklich. Kann man da Kulanz sein? Es gibt keine Kulanz für die Stadtpolizei. Wenn wir es feststellen und alles in Ruhe ist, muss sie gut gesalt werden. Im Aargau ist die Polizei in der Überwachung stark eingeschränkt. So hat das Kantonsparlament z.B. fixe Blitzer auf Kantonsstrassen verboten. Die Verkehrsüberwachungskameras stehen aber alle auf Gemeinsgebiet. Und auch da hat man die Kameras nicht einfach so aufgestellt. Wir haben vom Datenschutz eine Bewilligung vom Kantonalen bekommen. Und das haben wir auch bekommen. Seitdem läuft das Gerät. Den Aspekt hätte ich gerne genauer erläutern können. Was wird da gefilmt? Wie wird gefilmt? Wie dann wird gespeichert? Was wird gespeichert? Und was haben sie vorher gemacht? Weil anscheinend haben sie, das hören wir jetzt, schon Daten wie es vorher war. Der politische Druck gegen die Verkehrsüberwachungskameras wächst. Die Polizei hält dagegen. Wegen der Kameras habe sich allein bei der Kettenbrücke Zarao die Zahl der Barverbotssünder halbiert. Pro Jahr fahren da aber immer noch rund 1'000 Personen durchs Verbot und spülen der Stadt so über 100'000 Franken in die Kasse. Also haben sie vorher schon überwacht irgendwie. Ich bin einfach kein Fan von solchen Streiks. Nein, kein Fan von solchen Kameras. Und wenn dann wirklich klar definiert eingeschränkt, wie übermittelt es die Wahr sind. Womöglich noch an einem offenen WLAN oder was auch immer. Alle Sachen, das hätte ich gerne detaillierter gewusst. Hm. Aber ansonsten, wenn das alles gegeben ist, ja dann ist es halt so. Ja, dann ist es so, ja. Das ist schon so. Ja. Hm, hm. Ist das schon gewesen? Ja. Jetzt geht es erst mal aus. Entschuldigung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüsse Sie herzlich zur Arena. Ja, und in dieser, wie gesagt Arena, geht es um den Klimastreik. Intro und Gäste. Heute in der Arena. Vertreterinnen und Vertreter der Schweizer Klimajugend. Sie verlangen, dass Politik und Wirtschaft den Klimawandel stoppen. Und zwar sofort. Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbands und Nationalrat der FDP. Er sagt, nein zu Verboten und Auflagen. Ausserdem macht die Schweiz schon heute vieles gut. Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor Swissman, sagt, es ergibt keinen Sinn, den Musterknaben zu spielen. Klimaschutz ist wichtig. Aber wir dürfen dabei unsere Unternehmen nicht kaputt machen. Claudio Zanetti, Nationalrat SVP, sagt, es besteht bezüglich Klima kein Grund zur Panik. Und wo sich der Staat einmischt, kommt es fast immer falsch heraus. Andreas Burgener, Direktor Auto Schweiz, sagt, was es braucht, ist Innovation. Das bringt viel mehr als Verbote und neue Kosten auf dem Buckel der Autofahrer. Später in der Sendung Regula Ritz, Präsidentin der Grünen Partei Schweiz und Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat der CVP. Die Arena, moderiert von Jonas Koller. Ja, das verändert unseren Parteien-Counter. Und zwar haben wir Zanetti, SVP plus 1 macht 50, der Bigler, FDP plus 1 macht 44, der Müller, CVP plus 1 macht 33 und der Ritz von den Grünen macht 18, ebenfalls plus 1. Jetzt, zuerst noch schnell kommt man es in eine Anmerkung zu der Meta Arena 52. Und zwar haben sie ja da mit ihrem Anybot, nein Agilebot, Musik eingespielt gehabt. Urheberrechtlich geschützt, somit ist Meta Arena 52 in 163 Ländern nicht verfügbar. Die Schweiz zählt allerdings nicht dazu, daher finde ich es okay, habe ich es jetzt drin lassen. Sonst hätte man einen Song auswählen, einen nur überrechtsfreien, Nutzungsrechtsfreien und so dreiturig. Aber ich habe dann müsste ich sagen, also egal. Unter anderem Nordkorea werden wir jetzt auch nicht sehen. Oh, schade, schade. Wirklich schade. Aber die lieber Nordkoreaner können dann in 53 wieder schauen. Herr der Ringe hat übrigens kein Problem gemacht und es dort davon kam. Das ist sauber. Ja, jetzt. Ich hatte eine grüne Woche, mindestens eine. Das, ich muss es erläutern, mein Vorwissen jetzt, bevor ich in diese Sendung hinein bin. Am Dienstag, 12. März, bin ich in München gewesen. Das vierte Höhe in einem Diesel, aber trotzdem. Die Anstalt vom ZDF, und zwar in den Bavaria Studios, in der Live-Sendung. Also ich bin dort geguckt, ich konnte nicht sagen, oh, es geht um Diesel, stelle ich ab. Nein, übrigens das erste Mal, als ich für das ZDF-Programm bezahlt habe, weil man dort auch ein Eintritt zahlen musste. Ansonsten als Schweizer natürlich Schwarzheuer. Ja, dort ist eben der Diesel gegangen und sich die lieben Lungenärzte total verrechnet haben. Ich kann sie jedem sehr empfehlen. Die Anstalt. Das hat mal so angefangen. Dann habe ich mir den Aufwachen-Podcast 364 gegeben. Und dort haben sie unter anderem die Scientists for Future Pressekonferenz angesprochen, der war in Berlin. Und sie hatten ein Interview mit dem Albrecht von Lucke. Der wiederum ist einer der Chefredakteure bei den Blätter für Deutsche und Internationale Politik. Und da bin ich wiederum Abonnent. Und ja, ich weiss, das ist alles völlig linksgewöhnversifte Wahr, aber grossartig. Und da möchte ich insbesondere von der Januar- und der Februar-Ausgabe empfehlen, der schrumpfende Planet von Bill McKibben. Dort wird sehr schön aufgezeigt, wie Exxon all diese Resultate, was das CO2-Ager schon lange hatte und somit berechnet hat, wie viel günstiger das wird, um in der Arktis nach Öl zu bohren, weil sie länger Zeit haben. Hm. Also vergleichbar mit diesen lieben Kollegen. Wir müssen es ja nicht erwähnen. Wir haben da noch Vorteile. Dann in der Februar-Ausgabe haben wir ebenfalls die Susan Götze mit COP24, die Front der Klimaleugner. Und in der März-Ausgabe haben wir den Albrecht von Lucke selber mit Fridays for Future, wo das schon mal so ein bisschen einordnet. Was ist jetzt das? Sind das einfach Schulschwänzer? Und genau um das geht es dann auch im Interview im Auflachen-Podcast, wo der Märty Herr eben zu Gast ist. So hat sich das alles so ein bisschen ergänzt. Und dann noch ganz wichtig, NZZ am Sonntag, nicht ganz so linksgrün verseift, haben wir am 10. März, in der Ausgabe des 10. März, den Beitrag der Klimakrieg. Ein internationales Netz von Klimaskeptikern greift Forscher an. Auch sehr, sehr zu empfehlen. Und dann haben wir noch reingezogen den SRF-Doc zu dieser Klimajugend. Und mit all dem im Hinterkopf habe ich mir dann die Arena reingezogen. Und ich habe alles vom Zanetti rausgeschnitten. Yes! Einfach konsequent. Er läuft in jede Falle hinein. Ja. Er labert genau diese Scheisse nach, die, wenn man sich all das Zeug gegeben hat, dann muss man sagen Bullshit. Einfach nur Bullshit. Genau, darum kann ich überall kommen. Und darum, lieber Herr Zanetti, bei dieser Thematik nein. Einfach nein. Ja, jetzt muss ich gleich spoilern. Ein Motum habe ich für dich drin. Aber da kommen wir drauf. Ja, ich verlinke alles, was ich mir mögliche. Kann also alles auch sehr empfehlen, unbedingt. Aber das jetzt soweit ausgeholt auch. Erstens will ich alles verlinken, damit man merkt, was sind denn das für Links. Und zweitens, warum fehlt der Zanetti so konsequent? Darum genau dabei. Ja. Opener Breuer. Hans-Holrich Bigler, Sie haben es gehört. Wem seine Zukunft, denen ihre Zukunft. Sie sind angesprochen. Sie sind einer von denen, der der jungen Zukunft klaut. Das ist eine ganz entgewagte Behauptung. Ich meine, es geht um unsere alle Zukunft. Ich bin genau so einem Klima interessiert, das uns allen eine Zukunft garantiert. Insofern muss ich noch korrigieren, Herr Breuer. Ich bin nicht der schärfste Gegner von diesen Jungen, sondern ich finde es gut, dass sie streiken. Ich finde es gut, dass sie sich an die Politik beteiligen. Ich würde mich dann aber auch freuen, wenn es darum geht, sich einzubringen in der Diskussion, in den doch manchmal schon harten Diskussionen in den Parteien, im Meinungsbildungsprozess. Da erwarte ich dann die Stimme und das Engagement genau gleich. Ja, das ist mal so ein auf allen Seiten Larifari. Wir kommen mal so ein kleines Gespräch hier. Kann man jetzt. Ja, was möchte man dazu sagen? Also, geht mich nicht. Wir kommen jetzt schon mal zu einer Kernforderung. Mark artikuliert hier und zwar Politik muss einfach etwas machen. Wir haben jetzt gesprochen. Wir sind vielleicht nicht unser Schärfstgegner. Aber wir sind trotzdem der Überzeugung, dass noch zu wenig gemacht wird für das Klima in der Schweiz. Und wie Sie gerade schon von Eiblingen reden, wir bringen uns sehr wohl ein. Wir haben Forderungen aufgestellt. Aber es ist ja klar, dass hier vor allem Politik handeln muss. Für etwas haben wir euch alle gewählt. Oder wir können euch gleich wählen. Und das heisst, wir haben eine gewisse Verantwortung und wir sollten auch wahrnehmen. Und unserer Meinung nach werde ich momentan zu wenig wahrnehmen. Ja, du hast es schon gesehen. Ich wäre mehr für das als ich. Aber für die, die es nur hören, Doppeladler. Ja, der Beigler macht ja schon alles Mögliche. Und das gönne ich auch alles nicht. Aber wir brauchen hier die wissenschaftlichen Erkenntnisse los. Und überhaupt. Und am besten vorgestern. Ja, grundsätzlich sind wir vom Schweizerischen Gewerbverband aus an der Klimakonferenz in Paris aktiv in der Verhandlungsdelegation gewesen. Wir haben mitgeschafft an diesem 50%-Ziel. Ich engagiere mich persönlich seit 10 Jahren als Vizepräsident in der Energieagentur der Wirtschaft. Wir haben dort bis Stand 17 500'000 Tonnen CO2 reduziert. Das sind etwa 60'000 Flüge rund um den Globus. Also, wir sind dran. Das Problem ist ja nicht, wer ist jetzt aktuell. Wir sind seit Jahren dran. Wir haben jetzt euer Engagement angesprochen. Das ist natürlich auch Eigenwerbung. Das ist klar. Das muss man auch sehen. Wir schätzen das natürlich auch. Aber wir finden gleichwohl auch, dass wir das Abkommen von Paris erfüllen wollen. Und das haben wir unterschrieben. Das haben wir ratifiziert. Und es ist klar, vom wissenschaftlichen Konsens her, dass man etwas machen muss. Und im Moment ist einfach die Geschwindigkeit viel zu gering. Es gibt auch Studien, die sagen, dass wir locker 50% bis 2030 reduzieren können. Wir sind überzeugt, dass wir auch noch mehr machen können, wenn wir wirklich den Willen dazu haben. Und das ist einfach das Wichtige in dieser ganzen Diskussion. Wir haben nicht mehr Zeit. Wir können nicht mehr warten. Das gibt, wenn man merkt, dass die politischen Prozesse halt sehr, sehr langsam gehen, mal einen Anhänger vom Akzelerationismus. Wo einfach das ganze System diesen Weg überhitzen will, dass es komplett eskaliert. Und dann auch verstanden aus Ruinen. Und so weiter. Den Sozialismus wieder installieren. Ei, ei, ei. Oh ja, die Polemik heute wieder. Schön. Wir kommen zu den verletzten Tauben. Die, die es jetzt nur hört. Sie sind also die ganze Zeit mit den Händen am Flattern. Und das sieht ja aus wie eben zum Beispiel eine verletzte Taube. Und jetzt klären wir auf, wieso sie das machen. Jetzt muss ich ganz schön fragen, das Flattern wie Schmetterlinge oder verletzte Tauben, wieso macht ihr das? Das heisst Zustimmung. Das heisst, es ist ein Applaus. Richtig? Das ist Zustimmung, ja. Ja. Wir haben da so unsere Kommunikationszeichen. Und das steht für Zustimmung. Also bevor wir weiter zum wichtigen Inhalt gehen. Wieso habt ihr so Kommunikationszeichen? Für unsere Treffen, wo zum Teil, wie an unserem letzten nationalen Treffen, wirklich 300 Leute in einem Raum sind und nicht alle rufen können, finde ich gut. Darum ist es sinnvoller, wenn man das so zeigt oder eben Ablehnungen so. Ablehnungen. Hm. Ja, das klingt irgendwo zwischen Management-Seminar und Stuhlkreis. Bei geordneten politischen Prozessen nennt sich das Stimmrechtsausweis. Wo man dann kann, man möge dies mit Hand erheben bekunden. Ist auch so eine schöne Floskel. Und natürlich, seit der Piratenpartei wissen wir Liquid Democracy. Man kann das auch online machen. Also, technisch machen. Aber das ist natürlich auch eine Option. Ich wäre für den Doppelabler gewesen. Cool. Ja, Inhalt haben wir gesagt. Der Kohl von der Swiss-Mem, der will kein Ziel, der will Massnahmen. Jean-Philippe Kohl, was Sie jetzt gehört haben. Würden Sie mitmarschieren? Würden Sie mit auf die Strasse mit den Jungen? Nein, ich würde nicht mit auf die Strasse. Ich bin nicht Fan von solchen Streiks. Das ist so. Und mitdemonstrieren fühle ich mich jetzt schlicht zu alt. Weil Ihre Lebenswartung ist also definitiv länger als meine. Das heisst aber nicht, dass das, was Sie machen, dich irgendwie mit Fracht im Gegenteil. Ich finde es schön, dass Sie engagiert sind. Ich finde es schön, dass Sie sensibilisiert sind. Und vor allem so der Vorwurf, die Jugend ist nicht mehr politisiert. Stimmt definitiv nicht mehr. Und wenn Sie jetzt die Zukunft ansprechen, die Sie haben, dann lasse ich Sie ein. Kommen Sie in unsere Industrie arbeiten. Denn unsere Industrie, ich muss das vielleicht kurz erläutern, die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, die liefert diese technischen und innovativen Lösungen, um einen Beitrag zu leisten, dass globale CO2-Probleme in den Griff kommen können. Das muss man machen. Man kann Politik ist das eine, aber nachher konkrete Lösungen erarbeiten. Und das ist spannend. Ich sage Ihnen, das ist ein spannender Job. Um kurz... Der gute Mann hat recht. Der gute Mann hat recht. Einerseits gibt es natürlich mehrere Aspekte, wird es schon noch differenzierter betrachtet, aber dieser Aussage, ich glaube, niemand sagt, das machen wir nicht. Also unter dem. Wir fragen ihn aber mal ganz persönlich, geht es ihm dann nur um sich selber? Ja. Auf zurückzukommen. Geht es euch eigentlich nur um euch selber oder geht ihr nicht auch auf die Strasse für die Zukunft von, ich weiss nicht, ob ihr Kindheit oder von allen anderen Menschen auf dem Planeten? Ich gehe einfach nicht so auf die Strasse. Ich bin nicht Fan von solchen Streiken, das ist so. Ich sage Ihnen ganz offen, bin ich jetzt nicht so der Typ für den. Also er ist nicht der Typ, um zu streiken gehen, das ist auch völlig okay. Ist übrigens auch jetzt noch eine Minderheit, wo es immer eine Minderheit ist. Es geht nur darum, dass man kritische, kritische Massen erreicht. Ähm, Zielsetzung gegen Massnahmen. Könntet ihr heute Abend sagen, Sie, Herr Kohl, gehen nicht auf die Strasse, sind nicht der Typ, oder sind vielleicht in einer Generation, wo sie nicht, ich will nicht sagen, sie haben zahlt. Aber, Sie haben es gesagt, Herr Kohl, Sie könnten heute Abend in der Arena sagen, ich unterstütze die konkreten Forderungen von diesen Klimastreiken. Sie sagen zum Beispiel, dass man einen Klimanotstand in der Schweiz ausrufen soll. Helfen Sie mit? Nein, da helfe ich nicht mit. Und ich möchte auch ganz ehrlich sein, und ich möchte mich auch nicht anbiedern gegenüber Ihnen. Das ist ja nur eine Zielsetzung. Das ist eine Zielsetzung. Und was ich mit Ihnen gerne diskutieren würde, und darum freue ich mich, dass wir diesen Dialog haben, ist nachher dann, wie kann man denn das Ziel konkret erreichen? Weil einfach ein Ziel... Wenn wir nicht mal ein Ziel definieren, dann können wir auch nicht dort hinzukommen, wenn es schon an diesem scheitert. Das ist das Problem. Also ziemlich definiert. Ja, aber Sie halten sich ja offensichtlich nicht daran. Also wir haben die Ziel definiert, und wir sind nicht auf dem richtigen Weg. Das stimmt. Das stimmt jetzt nicht. Wenn alle Staaten auf der ganzen Welt ihre Klimaziele erreichen, dann kommen wir auf 3 Grad gerade globale Erwärmung. Das ist viel zu viel. Wir sind nicht auf dem richtigen Weg im Moment. Ich muss Ihnen einfach fragen, wenn Sie nur ein Ziel festlegen und sich nicht überlegen, das ist wie wenn Sie eine Bergtour machen und sich einen Peak überlegen, wo Sie hingehen, und Sie überlegen sich nicht, auf welcher Route Sie gehen. Der Berggipfelvergleich gefällt mir nicht. Wir gehören noch einen viel, viel geileren Vergleich im Verlauf der Sendung. Dieser Vergleich nicht. Aber ansonsten natürlich rhetorisch grossartig, um damit umgehen. einfach die Zielsetzung. Es stimmt natürlich. Das Klimaabkommen von Paris ist ratifiziert. In jedem Fall unterzeichnet. Energiestrategie 2050 und so weiter. Das gibt es alles schon. CO2 gesetzt in Arbeit, wie wir wissen. Das heisst, Zielsetzung an sich ist wirklich nicht das Thema. Sondern wie kommt man dorthin? Und was fordert die Streikenden? Was macht die Politik? Oder was macht sie eben nicht? Und du scheissest rein, wenn ich das schnell durchpusche. Wird es die Innovation richten? Das gehört mir ja immer wieder. Wir sind uns alle voll einig, dass es voll cool wäre, wenn wir die Klimakrise mit Erneuerungen lösen könnten. Mit coolen, neuen Technologien. Aber der Punkt ist, das ist einfach wirklich kein Plan. Also, man kann jetzt schon hoffen, dass irgendwann Leute kommen und sagen, hey, wir haben es gelöst. Aber wenn das dann nicht passiert, stellen wir einfach da und sind ein bisschen so, äh, und was jetzt? Äh, und was jetzt? Also, Unrecht hat er nicht. Die Konsequenz ist jetzt einfach, ja, was denn? Und, ja, Technologien sind da oben. Aber soweit kommt es gar noch nicht. Wir reden auch noch über Technologie. Aber zuerst. Äh, dreinschnurren als Konzept. Und das hast du gemerkt. Also, die haben das vor der Sendung definitiv abgesprochen. Also, auf Keyword, was auch immer. Mhm. Oder auf, der redet seit 30 Sekunden. Oder auf, der ist nicht meiner Meinung. Einfach irgendwelche Trigger definiert und dann... Äh, Giggl, Sie haben ja nicht nur grundsätzlich das allgemeine Anliegen, dass man den Klimawandel stoppen oder bremsen soll, Sie haben ja ein ganz konkretes Ziel. Sie sagen, bis 2030 sollen CO2-Emissionen in der Schweiz auf Null sein. Netto. Das heisst, was man noch neu mit anders kompensiert, ist in Ordnung. Herr Kohl, unterstützen Sie das Ziel? In einem guten Jahrzehnt. Null netto CO2-Emissionen. Nein, unterstützen wir nicht, sofern man nicht sagt, wie man das erreichen will. Weil wenn Sie einfach nur das Ziel sagen, dann ist das Gefahr, dass das irgendwann verfledert und eine Illusion ist. Also muss man sich überlegen... Ich denke, man verwestert es CO2-Gesetze, verfledert er. So der Einrede ist jetzt, glaube ich, auf Gegenseitigkeit schon nicht so gut. Lassen Sie mich doch vielleicht das noch kurz ausformulieren. Was wir müssen diskutieren, ist, wie man dort herkommt. Und was ich Ihnen attestiere, ist, dass Sie wahrscheinlich in Ihrem Denken viel weiter sind als viele, viele auf dieser Welt. Und wenn wir das in der Schweiz machen, dann ist das sicher einmal gut. Aber Sie müssen auch den Amerikaner mitnehmen. Und die Chinesin müssen Sie auch mitnehmen. Es sind 300 Millionen Amerikaner und 1,2 Milliarden in China. Und wenn die so weit sind... Entschuldigung, wenn ich noch kurz unterbreche. Aber Sie haben jetzt gerade die Welt angesprochen, die eine Verantwortung hat. Ich möchte einfach darauf hinweisen, wir haben heute einen weltweiten Klimastreik gehabt. Wir haben hunderttausende Leute gehabt, überall auf der Welt, auf der Strasse. Wir sehen, wir sind eine weltweite Bewegung. Es beschränkt sich schon lange nicht mehr auf die Schweiz. Wir fordern... Möglicherweise könnte er eine Karriere machen als theologische Ethiker. Aber das nur am Rand. Das ist ja nicht nur hier. Wunderbar. Wir fordern das auch in anderen Ländern. Also euer Vorwurf eigentlich, dass wir einfach nur wollen, dass man in der Schweiz etwas macht und dann ist die Welt gerettet, der existiert nicht. Wir sind Länderübergreifend und von daher ist das Argument nicht nötigbar. Ich rufe Ihnen gar nichts vor. Ich will Ihnen auch attestieren, dass Sie Forderungen stellen können und ich erwarte von Ihnen nicht einmal, dass Sie alles konsequent durchdenken. Aber wissen Sie, Herr Kohl, Sie wollen nicht, dass Sie attestieren, dass Sie Forderungen stellen. Sie wollen, dass Sie die Forderungen erfüllen. Ja, so haben wir dann dort alles mal bla 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 und so in diesem Stil immer wieder runtergebrochen, immer wieder etwas Doppelattler und dann hat es sich dann eigentlich schon gehabt. Ja. Ein bisschen Rostschaden, Kohl Ritz. Klimastreik sind ein Riesenthema, sind das Thema heute Abend von dieser Sendung und es gibt sehr viel zu reden. Aber was braucht es, damit die Jungen wirklich ihre Ziele erreichen? Das ist ein solches Thema heute Abend. Was braucht es, damit die Bewegung den Sprung schafft in die Parteien, in die Politik? Für das möchte man jetzt jemanden dazu nehmen, der das vielleicht besser weiss als jede andere in der Schweiz, der seit Jahrzehnten für genau diese Anliegen kämpft. Die Grünen Präsidentin Regula Ritz. Herzlichen Dank, Jean-Philippe Kohl, dass Sie mithelfen und uns den Raum schaffen. Sie bleiben selbstverständlich mit im Studio und diskutieren weiter mit. Herzlichen Applaus für Jean-Philippe Kohl und Regula Ritz. Regula Ritz. Klimastreik weltweit heute. Die Jungen hatten das Wort. Was haben sie gehört? Was ist Ihnen besonders geblieben? Sie haben zugehört schon. Ich bin sehr beeindruckt von der ganzen Bewegung, vom heutigen Tag. Oder dass es eine globale Bewegung ist, weil es auch ein globales Problem ist. Aber auch von der Diskussionskultur. Danke vielmals für das Engagement. Die Sendung hier hat ja den Titel in den grünen Träumen. Und ich muss sagen, für mich sind das eben nicht Träume. Sondern es ist eine sehr realistische Anforderung, die Sie haben an die Politik und an die Wirtschaft. Und die bewahren uns davor, dass wir in die Alpträume hineinkippen, wenn wir nicht schnell genug handeln. Also von daher dranbleiben. Und ich bewege etwas. Sie haben schon viel bewegt. Und ich bin sehr froh, mit euch zusammen weiterzuarbeiten. Hoffentlich auch mit den anderen beiden. Ja, das war jetzt kein überraschendes Statement. Das ist erwartbar. Und der Breuer macht da natürlich gerade einen guten Vergleich. Willst du eine andere Bewegung? Die, die jetzt am Streiken sind, wissen wahrscheinlich nicht einmal, was das für eine Bewegung ist. Das steht maximal in der Geschichtspur. Herr Glorizzi ist Fan dieser Bewegung. Das ist klar. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Ein Bild einer jungen, sehr dynamischen Demonstrantenbewegung, wo sehr vieles hat wollen und wo alle gedacht haben, die bewegen etwas. Occupy, Paradeplatz vor bald einem Jahrzehnt. Riesenthema auf der ganzen Welt, auch in der Schweiz. Und dann plötzlich sind sie verschwunden. Learning leg dich nicht mit dem Finanzplatz an. Was braucht es, damit nicht genau das Gleiche? Also, so wie noch verschwunden gesagt hat, das hat schon nach Mafia getötet, als sie einfach nach Hause gehen. Und dann auch diesen Jungen passiert. Das ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt Bewegungen, die sehr lange Schnaufe hatten und bis heute eigentlich aktiv sind. Und andere gehen schneller wieder zurück. Und ich glaube dort, wo es wirklich nötig ist und wo man vor allem immer wieder sieht, was passiert, wenn man nicht dran bleibt, dort bleiben auch Bewegungen. Also der Klimawandel, der ist jetzt im Alltag angekommen. Und darum bin ich sehr überzeugt davon, dass sie weiter fahren werden. Weil es wird bei der Wissenschaft ja gesagt, jedes Jahr schwieriger überhaupt noch etwas zu machen. Also von daher bin ich ganz klar der Meinung, die bleibt. Ja, dann schaltet sich der Zanetti ein, also fehlt da wieder ein Teilchen. Wir kommen aber zu der Frage, ob dann Atomkraft eine Lösung sei. Natürlich hat der Zanetti das irgendwo durch ins Spiel gebracht. Ich nehme einfach ab dem Moment, wo es der Poyer zusammenfasst, die Diskussion wieder auf. Aber es ist ja ein ernsthafter Vorschlag, Herr Gigler. Weil was er sagt, ist, wenn wir Energie brauchen und gleichzeitig CO2 nicht ausstossen wollen, dann ist Kernenergie ein taugliches Mittel. Also es ist einfach wirklich keine Lösung, wenn wir jetzt sagen, wir haben ein Problem. Also lösen wir es, indem wir ein neues schaffen. Hä? Nein? Also im Moment haben wir das mega Problem, dass wir auf Kosten von zukünftigen Generationen leben und denen grosse Probleme verursachen. Und genau das machen im Fall Atomkraftwerke auch das Endlagerungsproblem. Das Endlagerungsproblem, erwähnt er da, da bin ich natürlich an der Meinung. Es gibt ja grundsätzliche Technologien, die dieses Problem weitgehend umgehen würden. Ja, richtig. Jetzt muss ich eine Pisspause machen. Dann haben wir das mit Bierholen kombiniert. Sehr schön. Endlagerung. Ja, bin ich grosser Fan der Nagerung. Da sind sie relativ weit, also technisch-wissenschaftlich. Bauen können sie noch lange nicht, wenn immer alle sagen, nein. Ja, ja. Also eigentlich müsstest du es unter ein Asylheim bauen. Oder wenn ein Asylheim gegen dich hast, dann baue es doch noch unten an. Ja, schade würde es nicht. Wenn ich privat ein Haus hätte, also eines, das wirklich mir gehört, würde ich dann auch sagen, baut bei mir im Keller. Also könnt ihr anfangen zu graben und nach unten füllen euch frei. Das erste UG einfach für die Teslasammlung reservieren, die wir noch finanzieren. Ja. Ist ja dann alles E-Mobile und so. Super Sache. Und dann bohren. Nur immer machen. Aber ja. Ähm. Das wäre Stand jetzt. Aktuell lohnen sich aber ja AKWs auch ökonomisch nicht. Darum neue Technologie, allfällig neue Technologie, kann man wieder darüber reden. Ja. Und jetzt habe ich mit dieser Aussage eigentlich schon die nächsten zwei oder drei Clips zusammengefasst. Aber ja, wir gehört den Atombiegler. Herr Prigler ist der Präsident vom Nuklearforum Schweiz. Sie sind angesprochen. Ja, es ist ja spannend, oder? Die Weltklimakonferenz in Warschau letzten Dezember hat gesagt, wir müssen CO2 reduzieren, indem wir die Elektrifizierung voranbringen. Also, dass wir nicht mehr mit Gas, mit Öl, mit Holz den Energieträger brauchen, sondern elektrifizieren. Wenn wir das machen wollen, müssen wir die Stromproduktion erhöhen. Und dann hat die Weltklimakonferenz, also nicht in irgendeiner Lobbygruppe, die Weltklimakonferenz hat gesagt, ein taugliches Mittel ist Nuklearenergie. Man muss über das nachdenken. Und Moment. Und wird jetzt dann im Oktober an einer Konferenz die Thematik auseinanderhalten. Und jetzt muss man nicht nur von den Kernreaktoren ausgehen, sondern ich spreche von der Kerntechnologie. Beispielsweise ist die Schweiz über die EPFL, DTH, Lausanne. Erneuerbare Energien. Über keine Fusionbeteiligung. Aber bis jetzt haben wir die Fusion noch nicht. Eiter wird forscht und forscht. Nein, aber das ist genau das. Moment, Herr Breuer. Wenn wir über Innovation reden, und wenn wir das seriös machen wollen, dann müssen wir diese Geschichte ansprechen. Nicht einfach sagen, es braucht mehr Innovation. Wir müssen auch wissen, von welcher Innovation wir reden. Ja, und jetzt kommt von der Klimastreikenden klassischerweise, nein, da muss Wind, Solar, wir haben die Technologie und und und. Und da habe ich extra für dich natürlich die Reaktion vom Zanetti ein Stück weit drin lassen. Wir haben erneuerbare Energien wie Windkraft, wie Wasserkraft, Solarenergie. Und das ist die Zukunft, die es in der Energie braucht. Jetzt habe ich gerade wieder ein schönes Bier gesehen, kürzlich von diesen Propeller hier, die entweder abbrechen, die Vögel schreden. Das dümmste Argumente über, ich habe das schon Leute gehabt, die fanden, die fliegen ziehen, und du musst mal schauen, wie viele tote Vögel miteinander sind. Bullshit! Jeder durchschnittliche, ja, Airbus. Klar, bei einem Start mehr Vögelhauren als so ein Windkraftwerk in zehn Jahren. Das... Ah! ...die tonnenweise Insekten kaputt machen, oder jetzt einen Teil vereisen, die mit Helikoptern, die runterfliegen, um die wieder enteisen. Das ist wirklich eine Bombe-Sache, muss ich also sagen. Ich habe dem bereits gesagt, nichts hinzuzufügen. Ich wünsche Montezuma's Rachkirch. Ich bin extra nochmal, es ist ja nicht so, dass ich die letzte MET-Arena nicht schon genug gesehen habe. Kapitelmarken sind so viele Märkte, während der Arena allerdings nicht mehr. Aber das war ja noch ein Beitrag von der Region News, wo wir es davon gewähren. Das heisst, ich konnte Kapitelmarken wählen, und das relativ schnell gefunden. Und ich habe das müssen da drin. Das hat so gut gepasst. Sensationell. Ja, weil... Nein! Es läuft mir den Hut bei dieser Argumentation. Es ist einfach so ein Kabis. Ja. Was wiederum ist, wenn man von Windenergie redet, überall wird es abgelehnt. In den Kurznachrichten haben sie auch wieder einen Park gestrichen. Und so. Also da ist einfach eine riesige Diskrepanz zwischen dem, was auf der Strasse geschraubt wird, und was dann demokratiepolitisch bei einer Gemeinsversammlung dabei herauskommt. Ja. Das ist schon so. Und dann ein weiterer Aspekt natürlich, wenn die Technologie soweit ist, dass es sich lohnt, dann wird es gemacht. Mhm. Lohnt der Merd. Also... Dort, wo möglich, müssten wir mehr Markt hineinbringen. Mhm. Ja. Farritz, probiert es nochmal mit dem demokratiepolitischen Versuch. Du hast mitgekommen, wie ich mich aufgeregt habe mit dem theologischen Ethiker mit Zimm. Ja. Demokratiepolitischen Argument. Ist das besser? Ich bin schon ein bisschen erstaunt über die Diskussion jetzt. Einfach auch aus demokratiepolitischen Gründen. Diese Themen, die die direkte Demokratie in diesem Land so stark verteidigt. Wir hatten eine Abstimmung. 2016 bei der Energiestraft. Das war eine ganz klare Entscheidung von der Bevölkerung für den Ausstieg. Ja, wir können auch schlauer werden. Jetzt kommen wir mit diesem alten Ladehüter wieder, der die teuerste Energieform ist überhaupt und auch grosse lokale Gefahren hat. Und ob es teuer ist oder nicht, soll doch der Merd entscheiden. Ich bin sehr froh, Herr Zanetti, wenn er endlich helfen würde, den Volkswillen umsetzen, nämlich den Ausbau der Neuebarenergie zu unterstützen und die Energieeffiziente zu bekommen, die wir brauchen, damit wir uns auf der einen Seite von der Kernenergie befreien und auf der anderen Seite von der fossilen Energie. Denn das ist die grosse Herausforderung, die wir alle haben. Und vor allem die Generation hier, der muss ausbaden, wenn man es jetzt nicht schafft. Ja. Also ich habe es nicht besser gefunden. Mhm. Der Jonas hat wohl die letzte Metarena geschaut. Regularit, wenn Sie erlauben. Die Verabsolutierung von Volkswillen ist immer etwas, wo Sie sich dagegen stellen. Die Schweiz hat x Fach abgestimmt über verschiedene Sachen. Frauenstimmrechte hat man mehrmals abstimmen. Es wäre doch auch möglich, dass man sagt, angesichts des Klimaproblems, wo Sie als grosses Problem sehen, kommen wir darauf zurück und bauen doch wieder Kernkraftwerke. Wäre ein möglicher demokratischer Entscheid? Ja, Herr Breuer. Natürlich kann man jede Zeit demokratische Entscheidungen treffen, wo andere wieder ausser Kraft setzen. Aber das wäre jetzt ökonomisch absolut absurd. Wenn die Kernkraftwerke von heute noch gebaut werden, zum Beispiel in England, in Grossbritannien, Hinkley Point, das produziert die teuerste Energie überhaupt. Ja, das ist korrekt. Aber es gibt eine neue Technologie. die marktfähig sind. Und genau diese Technologien müssen wir jetzt fördern. Es ist doch einfach für unsere Schweiz ein Armutszeug. Sie spricht von marktfähig und will gleichzeitig subventionieren. Mhm. Ja. Wir haben gleich einen anderen Marktbegriff. Aber ja, neoliberale Huren da. Also ich. Ja, so ist das. Wir in Europa, das Land, sind mit dem wenigsten Solarenergie, mit dem wenigsten Windenergie und dort können wir noch mal. Mit Abstand am meisten Wasserkraft. Ziemlich viel Bewegung, wo auch für die... Ja. Ja. Eben ja, Wasserkraft sind wir natürlich super. Geografisch. Ja. Wenn man heute Klimawasserkraftwerke bauen will, mhm. Ja, da gibt es Einsprache. Naturschutz und so. Ja. Schwierig. Stille. Ja. Okay. Wir kommen zu einem wichtigen Input eines der Klimastreiken. Da hat er natürlich recht. Da geht es auch um Machtstrukturen. Ja. Die Jungen dazu. Auch Sie in der Hinterreihe. Darf ich ganz kurz Ihren Namen fragen, bitte. Äh, ich bin Jan Kessler. Äh, auch engagiert im Klimastreik. Ich habe das Gefühl, wenn man über die Diskussion da, 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 eben Atom, ja, nein, was für Lösungen, muss man sich einfach wirklich bewusst sein, wenn man jetzt ganz konsequent würde die erneuerbaren Energien fördern, würde das eine Verschiebung der Machtstrukturen bedeuten. Es würde bedeuten, dass nicht mehr ganz wenige Konzerne, ein paar wenige Energielieferanten haben, sondern dass auch das demokratisiert würde werden. Äh, nein. Dass man da nicht mehr eine Abhängigkeit hätte. Und das ist natürlich etwas, wo ich Sie absolut verstehe, dass das nicht Ihrem Interesse ist, da in diese Richtung weiterzudenken. Aber das ist notwendig, dass wir als Menschheit überleben können, dass wir wegkommen von diesen zentralistischen, von diesen Systemen, Sondern nicht dezentrale Energieversorgung. Genau. Wo eine Demokratisierung ist, an einem Punkt, wo jetzt leider noch nicht stattfindet. Ja, auch wenn er das nicht sogar sagen würde. Also ich habe sehr soziale Gefühle und sehr viele soziale Anliegen, aber mit Sozialismus hat das nichts zu tun. Und natürlich kann man darüber diskutieren, ob man z.B. das Privat-Eigentum abschaffen möchte. Man könnte das kommunistische System einführen. Es wäre eine Verschiebung von der Machtstruktur, aber natürlich hin zu der Verwaltung. Ja. Im Endeffekt. Oder dann zu den Hauseigentümern. Vorwiegend FDP, SVP, liebe Linke. Ob ihr das dann auch so lässig findet, wenn die die Energieversorgung in der Hand haben? Hm, was könnte man da noch auf Miete draufhauen? Aua! Äh... Es wäre eine Machtverschiebung aber wahrscheinlich nicht eine Demokratisierung. Ja. Da gehe ich nicht davon aus. Ja... Geht es dann um das Geld zu verdienen? Und auf diese Frage, da schmunzelt es durch den Raum durch? Was haben Sie mit dem Kernkraftwerk gehört? Und das Geld verdienen geht es da gar nicht. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten. Also man kann mit erneuerbaren Energien Geld verdienen. Das ist überhaupt nicht das Thema, oder? Was Sie in Frage stellen, ist eine Aussage von der Weltklimakonferenz, wo Wissenschaftler beteiligt sind. Muss ich auch überlassen, wie Sie das hier beurteilen. Klar ist, dass man letztlich, wenn man international die Stromproduktion erhören möchte, muss man überlegen, wie man es macht. und das Erneuerbare gemäss Weltklimakonferenz alleine. Das ist eine gute Sache, aber alleine reicht es nicht. Herr Bob. Sehr viel Blabla. Wenig zielgerechnet. Jens, du brauchst mehr Schnaps. Ja. Ja, der nächste Rorschaden, der Autodude Gart. Wir hören ihn nachher noch. Wir haben bis jetzt auch noch nicht viel von ihm gehört. Einen hören wir aber noch. Jetzt kommt CVP Müller. Aber jetzt muss ich an dem Punkt, Herr Lederach, muss ich nochmal, glaube ich, eine kleine Rorschaden machen. Weil die Sachen, wo Sie jetzt darüber reden, die sind ja im politischen Prozess drin. Da wird ja darüber diskutiert, wie viel erneuerbare Energien und wie viel nicht. Und wenn Sie die wollen gewinnen, wenn Ihr Klimastreikender das gewinnen, dann reicht es nicht, dass Sie die linken Parteien überzeugen. Dann müssen Sie die Mitte überzeugen. Und darum freue ich mich sehr, darf ich jetzt einen sehr profilierten Energie- und Klimapolitiker aus der CVP bei uns begrüsse, Stefan Müller-Altomat. Und danke, dass Sie mitmachen, Herr Burgener, bei der Oschade. Herzlichen Applaus für den Herr Burgener und für Stefan Müller-Altomat. Applaus Stefan Müller, gute Arbeit. Herr Müller, null CO2-Neto bis 2030, das fordern die Jungen. Helfen Sie nicht? Wir helfen mit, auf null CO2-Altomat zu kommen. 2030 ist vielleicht nicht die Jahrzahl, die wir als realistisch erachten. Also einfach das Nein hätte gelangen. Wir haben vorhin darüber diskutiert, welche Massnahmen es braucht. Und hier wirklich ein Chapeau an die Jungen, die hier sind. Die ja nicht einfach nur Ziele definieren oder herbeireden, sondern sie haben konkret die Massnahmen im Griff. Man merkt es, sie haben sich nicht aufs Glatte einführen. Aber wenn man so auch könnte, die Massnahmen, muss man halt doch gleich noch abschätzen, was ist fair, was ist bezahlbar und was ist realistisch. Und genau dort müssen wir uns halt irgendwann gleich mit den Treffen, die auf der anderen Seite stehen und sagen, eigentlich möchten wir ja nicht so schnell reduzieren, aber okay, machen wir es halt. André Gibb. Ich glaube. Kompromisse. Ja. Ganz klar in die CVP-Position. So am Schluss niemand richtig zufrieden ist. Aber ja, gehört sich natürlich so. Und darum an dieser Stelle stellen wir die System-Frage. Okay. Irgendwie das Problem an dieser ganzen Sendung ist für mich gerade, dass alle Leute, die da vorne stehen, uns sagen, es ist mega unrealistisch, das kann man realpolitisch nicht umsetzen. Irgendwie. Und dann gibt es Leute, die ein mega schwarzes Bild malen von der Zukunft, die wir fordern. Und ich glaube, das ist wirklich einfach falsch. Nein, das ist ein Kreuzfalsch, was Sie verfehlen. Man muss schon sehen, es gibt einen Grund, warum gewisse Sachen nicht möglich sind. Und wir haben auch in unseren Vorderungen als Zusatz den Begriff um Systemwandel. Und das heisst überhaupt nicht, dass wir den Kommunismus wollen. Es heisst einfach, dass wir ein wenig hinterfragen, ob es vielleicht sein könnte, dass das Problem nicht an unseren Vorderungen liegt, weil die sind wissenschaftlich, sondern eher an dem System, wo eben gerade grosse Erdölkonzerne extrem viel Macht haben und nicht bereits in die Erde. Also... Ja, wir kommen zu den bösen Erdölkonzernen. Da wäre wieder der schrumpfende Planet in den Blättern zu empfehlen, was denn ein von den bösen Erdölkonzernen so gemacht hat, das er heute als böse Erdölkonzern gilt. ExxonMobil heisst mittlerweile. In der Zwischenzeit, ja. Ja. Ähm... Was... äh... British Petroleum... Petroleum BPI angeht, ist ganz spannend, was Regimechanges anbelangt. Auch sehr, sehr interessant. Also böse, böse Erdölkonzern. Ähm... Am ehesten haben wir da in der Sendung natürlich den Dude von Autoschweiz. Und er sagt das relativ gut. Erdölkonzern, jetzt muss ich leider, das tut mir wahnsinnig gleich Kollegen von der Kamera ein bisschen stressen. Das ist natürlich der Herr Burgener, der Autoschweiz vertritt, der am ehesten jetzt vielleicht etwas darauf könnte reagieren, wenn sie wollen. Ich möchte ihnen die Chance geben, um zu reagieren. Also wenn wir gerade schauen, was grosse Energiekonzerne machen, und so nennen sie sich auch, was ehemals Erdölkonzerne gewesen sind, nennen sich jetzt Energiekonzerne. Zum Beispiel gerade in der Schweiz, wo jetzt ein Wasserstoffnetz aufgebaut wird, von einer Vereinigung, ohne Subventionsgelder, wo man genau einen neuen Weg für die Mobilität gehen möchte. Ja... Als Autoschweiz-Dude hätte ich da, und das ist jetzt ein Aufwachen-Podcast, wo ich da so halb batzig rezitiere, auf VW geschaut. Mhm. Personaleinsparungen von bis zu 30%, wenn es 10 Millionen E-Autos raushauen. Also E-Autos braucht weniger Personal. Mhm. Da wird es für die Konzerne interessant. Machen wir mal bei so einer Manager-Runde den Vorschlag, 30% vom hochbezahlten technischen Personal einsparen. Ja. Das gibt spontane Reaktionen unter den Tisch. Aber wer baut dann Autos? Huuuh. Wir haben nur noch eine Batterie. Wir brauchen keinen Verbrennermeh. Nur noch eine Batterie. Die wollen auch eine Batterie machen. Eine Batterie... Und... Weg. Mhm. Es gibt natürlich dann soziale, arbeitsmarkttechnische Verwerfungen. Das wird es so oder so geben. Aber so kann man sicher auch vom Klimaspekt her So wird es laufen und nicht mit der Bundesregierung empfiehlt er mal eine Million und sie verfehlen sogar das. Also ja, es bleibt einfach beim guten Alten. Dort wo möglich, müssten wir mehr Markt hineinbringen. Verstehst du? Ja, jetzt geht es wieder Seifen-Beläutel-mässig. Respektive wie hat die bisherige Diskussion richtigerweise zusammengefasst als Seifen-Beläutel-Mässig. Aha, ich sehe hier Schilder hochgehabt. Ich frage mal, was die Aussage dahinter ist. Are we a joke to you? Zu mir auf keinen Fall. Wieso haben Sie es jetzt hochgehabt? Ich sehe Ihr Gesicht nicht. Vielleicht müssen Sie das Schild noch ein bisschen weiter hochheben. Ja, mein Schild hebe ich schon länger auf. Ist es der Kollege neben dir gewesen, der den Zettel hat? Entschuldigung, ich habe nur eine Bewegung im Augenwinkel. Entschuldigung, ich muss es gar nicht halten. Ja, ich hebe das auf, weil, was wir eigentlich nicht so drüber reden, es ist ein bisschen Seifen-Beläutel-mässig, wie wir da miteinander die Argumente so ein bisschen umeinander in die Luft abgeben. Ich finde, das Problem ist, dass niemand da innen sich offenbar wirklich, also von denen, die am Podium sind, sich bewusst ist, wie ernst ist, dass der Seite so die Situation ist, wie ernst die Lage ist. Also, und schauen Sie mal, Frau Ritz und Herr Müller haben gerade so gemacht, aber können Sie mal schauen. Eben, ich wäre jetzt auch gespannt, ob Sie das, also die Frau Ritz nehme ich jetzt noch am meisten, aber es geht es auch nicht um das, es geht aus unserer Sicht darum, dass wir einen Klimanotstand vorführen. Darf ich ganz schön? Ich bin froh. Oh, ich habe den Moment verpasst. Äh ja, mit einem Klimanotstand ist aber auch noch nichts erreicht, aber zum das noch erwähnen. Jetzt kommen wir zum Top-Vergleich von dieser Sendung. Zwar wird es weiter um das CO2-Gesetz, aber eben auf der metaphorischen Ebene. Wie ist das CO2-Gesetz kaputt gemacht worden? Wir hören einen Vergleich. Sie haben es angesprochen und Sie haben gesagt, es sei ein Geblöterchen. Ich würde sagen, die beiden wären nicht einverstanden mit dem. Nein, also wir haben wirklich, wir haben das Geblöterchen schon ein bisschen gemacht. Vielleicht haben wir ein bisschen Sandkästchen im Nationalrat, ganz konkret. Wir hatten wirklich ein Problem gehabt. Die einen wollten eine schöne, grosse Burg bauen im Sandkasten. Und die SVP hat das gemacht, was sie immer macht. Da sieht man, wir spielen gar nicht mit. Nein, noch nicht. Nein, es ist wahr, sehr, sehr wahr. Und andere wollen Schlupflöcher machen, oder? Am Schluss haben wir gar nichts gehabt. Das ist das Problem. Schlupflöcher ist aus Anfassungsgegeln. Am Schluss ist der Meeresspiegel gestiegen. Das Problem, ernsthaft, aber es ist eine Massnahme. Es stimmt nicht, dass man nichts macht. Du hast gehört, der Claudio Zonetti darf reagieren. Der reagiert mal weg. Nicht bei uns. Da gibt es den Einspieler zu der Kompensation. Jetzt sind wir angekommen von den grundsätzlichen Forderungen bei den heiklen Details, dort, wo es entschieden wird. Der grosse Krach ist nämlich nicht, ob man CO2 soll kompensieren, wo man ausstossen zum Teil, sondern wo man es kompensiert. Ob man das vor allem in der Schweiz machen muss, oder sogar nur in der Schweiz, wie es zum Teil heisst, oder auch im Ausland. Die Schweiz kompensiert schon heute einen Teil ihres CO2-Ausstosses im Ausland. Zum Beispiel so. In Indien werden kleine Biogasanlagen installiert, die Privathaushalte mit dem Dung ihrer Kühe betreiben können. Sie ersetzen die ineffizienten Holz-Lehmöfen. In Mexiko wird eine neue Metrolinie gebaut. So gibt es weniger Autos auf den Strassen. Und es wird weniger CO2 ausgestossen. In China wird eine Zementfabrik aufgerüstet. Dank moderner Technologie kann die Abwärme nicht nur reduziert, sondern auch zur Stromproduktion genutzt werden. CO2 im Ausland zu reduzieren, ist dank solcher Projekte verhältnismässig günstig. So kann man für das gleiche Geld im Idealfall mehr CO2 kompensieren als in der Schweiz. Ja, das ist doch eine gute Sache. Frau Ritz kontert mit grüner Ökonomie. Herr Gola Ritz, mehrwöchig pro investierten Franken, da müssten Sie als grüne Präsidentin zu vordersten dafür kämpfen. Also erstens mal braucht es beides. Und zweitens mal müssen wir vor allem hier in die Schweiz investieren. Das finde ich auch, was ich nicht verstehe, auch wenn ich mit der FDP mitrede. Wieso, dass man diese Chance eigentlich verpasst, dass man hier in der Schweiz mithilft, noch viel stärker unsere Produktionsanlagen erneuerbar zu machen, fossilfrei zu machen, den Verkehr umzubauen. Das ist ja die ganz grosse ökonomische Chance, die wir hier haben, anstatt dass wir weiterhin das Geld im Ausland investieren, dass wir es hier machen, helft doch einfach mit. Ein flamboyantes Plädoyer an die FDP zum Mithelfen und der Beigler findet es eine krude ökonomische Vorstellung, die er jetzt da geäussert hat. Wenn man das Anliegen der jungen Ernst nimmt und sagt, die Zeit ist wirklich dringend und man rasch voran machen will, dann überlege ich mir ja ökonomisch, wenn ich mit einem Franken im Ausland fünftmal mehr Wirkung habe, dann gehe ich gescheider dorthin. Jetzt Inlandziel. Richtig. Also man könnte jetzt, ich muss wieder die Flüchtlingsdiskussion bemühen, dort heisst es ja, weil wir ja vor Ort helfen, dann ist die SVP dabei. Dort ist es einfach nicht in Anführungszeichen so einfach, weil man mit diesen Staaten keine Beziehungen, keine Diplomatie, die funktionieren und 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 und. Es ist eine Gesetzgebung, die sich dieses und jenes durchführen. Und dort reden wir halt von Menschen, die da sind. Man darf nicht einfach sagen, verpisst, ich höre, wenn das die SVP gerne würde. Und da geht es an konkrete Projekte und ich meine, Mexiko macht das natürlich extrem clever. Lachen sich ihre Metro. Ich meine, wir bringen jetzt Zürich nicht fertig, eine verfügte Metro zu bauen. In Mexiko schaffen wir es. Ja, los, unbedingt. Jetzt Inlandziel, das ist auch noch spannend. Oder ich habe kein Problem, wenn man als Inlandziel jetzt CO2-Gesetze reintut. Der Punkt ist ganz einander. Einen Erfolg. Das ist schon mal euren Erfolg, Messi. Vielleicht müssen Sie ganz kurz erklären, wieso Sie meinen, euren Erfolg zu. Sie erklären es natürlich nicht, aber ein Recht hat sie mit dieser Aussage, wenn das Thema nicht so präsent gewesen wäre und da nicht in der Arena, dann hätte sich Herr Weigler wahrscheinlich nicht zu dieser Aussage verleiten lassen. Nein, 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 jetzt erkläre ich es erst einmal fertig, wer vor sich das Publikum vereinnahmt. Da sind nämlich nicht nur grüne Jugendliche da. Nein. Und? Wenn wir ein Inlandziel festlegen, wir haben drin das Gebäudeprogramm, das die Grünen eben in der Schlussabstimmung abgelehnt haben. Im Gebäudeprogramm drin, sanieren wir energie-technisch. Sanieren ist einer der grössten Hebel in der Schweiz. Das müssen wir unbedingt machen. Es braucht energieeffizient saniert werden, und zwar schnell und umfassend und nicht stückchenweise. Da haben wir Ihre Energiestrategie drin, mit den Steuerabzügen, erst die Variante. Jetzt ist es noch etwas ganz anderes gegangen. Es ist schon Kompensation im Inland gegangen. Wir sind immer noch mit der Kompensation, aber ihr habt schon den ersten Morgen unterbrochen mit der Energiestrategie. Es hängt eben leider zusammen. Wenn ihr diese Zielsetzung nachher umsetzt, jetzt können wir sagen, wie viel können wir mit der Gebäudesanierung herbringen, dann können wir ein Inlandziel machen. Wir haben bei den Brünnstoffen gesagt, acht Trappen, dann können wir rechnen, was es gibt. Dann können wir ein Inlandziel machen. Wo ist das Problem? Ja. Wo ist das Problem? Ja, wir haben vorher das flamboyante Plädoyer gehört, und jetzt gehören wir ein geiles Anti-Plädoyer. Sehr aufregend, andere gegen Gott. Also was mich enorm bestört gerade, ist, dass alle hier immer so tun, als ob das jetzige, was wir jetzt gerade haben, so wahnsinnig cool wäre. Ich meine, nein, also Sie, Sie müssen zu wollen, zum Beispiel Autos, Autos sind im Fall wirklich einfach nicht so geil, wie alle meinten. Autos, wir haben keine saubere Luft, wir müssen täglich mega aufpassen, dass wir nicht überfahren werden in unserem Alltag. Unsere Kinder müssen mich mega zurückhalten, weil die könnten nicht Kinder sein, weil sie nicht mit dem Autos haben. Also wir hätten direkt recht beim Ausgang, die Welt ist hilfreich. Die Welt ist hilfreich. Aber man haltet einfach fest und den finde ich wirklich geil. Autos sind im Fall wirklich einfach nicht so geil, wie alle meinen. Ja, als Wintertour, wo man mittlerweile mit dem Bus und dem Velo unterwegs ist, kann ich das schon auch sagen. Nein, unterstützen wir nicht. Und was auch noch, darum muss ich auch einen dritten Screen haben, weil das kommt jetzt noch von der Region News nach. Das macht einem schon sauer. Autos sind im Fall wirklich einfach nicht so geil, wie alle meinen. Das macht einem schon sauer. Und man darf nicht vergessen, wo haben wir sie denn? Freiheiten im Verkehr, für alle haben wir verinnerlicht. Zählt auch wieder Strassenverkehr. Ja, die Wertefrage stellt sich noch zum Schluss. Zielkonflikt. Herr Müller sagt, Sie sind auch nicht einverstanden. Es ist nicht immer so einfach, wenn Leute das Haus gebaut haben und die Heizung drin haben. Kostet das, dass es Heidegger hat? Schauen Sie, das Problem ist doch wirklich, dass Politiker immer kommen und einfach sagen, es ist nicht machbar, geben sie uns eine Lösung. Aber ja, das müssen auch sie ein bisschen machen. Und was wirklich klar ist, ist eben, dass weitermachen wir bisher nicht machbar ist. Das grosse Problem bei Ölheizungen ist ja nicht, dass sie noch existieren, sondern dass sie jetzt immer noch neu gekauft werden. Neue Ölheizung, die heute gebaut werden. Das ist wirklich Mist, wer heute neu hat, ist wirklich nicht ganz gut. Aber wir merken jetzt noch, wir sind am Zielkonflikt diskutieren. Wir merken, es gibt hier in unserer Art zu denken, kommen wir nicht weiter. Und es gibt einen spannenden Schlagabdurchs in der Arena. Aber die wirklich wichtige Frage, nämlich nach welchem Ideal wir leben wollen und was für eine Vision eines Lebens eines Menschen haben wir? Ich hätte eine, ich hätte eine, ich hätte eine. Einfach weil wir sie lange nicht mehr hatten. Viele wichtige Produkte, vom Papier bis zu Arzneimitteln, verdanken wir den Bäumen. All diese Dinge machen unser Leben angenehmer, aber Umweltschützer weisen darauf hin, dass Rauper an den Wäldern unsere Lebensgrundlage gefährdet. Und das ist mir gleich. Ja, ja, exklusiv. Wo es erlaubt, zum Ideenaturinnen so zu sein, dass man nicht, weil all diese Sachen sind Pfläscherchen auf die grosse Frage, wie ist es möglich, auf dem Planeten in Zukunft zu existieren. Und wenn man nicht über diese Werte, über den Menschen, den wir wollen, über eine Gesellschaft, die im Einklang leben kann, klar muss man sich fragen, braucht es so eine Mobilität, macht es, macht es einem das glücklich, ist das der Sinn des Lebens, um so umeinander zu schatten. Und ich glaube, das wären die Fragen, die wir irgendwann als Gesellschaft müssten können. Also ich bin froh. Ja, dazu in der NZZ am Sonntag von heute, 17.3., ist der Klimawissenschaftler Kevin Andersson im Interview. Und er äußert sich zum Thema Erfolg. Müssen wir Erfolg neu definieren? Also heute laufen noch Leute umeinander, möglichst dicke Karren, riesige Hütte, geil, Business Class, weiss auch nicht, wohin, mega geil. Das ist mein Erfolg. Und er plädiert dafür, dass man Erfolg neu definiert. Zeit mit der Familie verbringen oder auch, und da hat er mich gerade gewonnen natürlich, Bier trinken mit Freunden. Ha! Faire Sache. Also schon mal ein Erfolg. Tschüss, jo. Es ist ein werte Verständnis, was man halt unter Erfolg versteht. Und wie man seinen Erfolg will, anderen mitteilen, ob sie es jetzt gesehen wollen oder nicht. Und wenn man auf Babyboomer-Generation zurücksehen tut, dann ist es halt so gewesen. Schau, mein Haus, meine Frau, meine zwei Achten, meine Geliebte. Ja. Und die Frage, die sich stellt, was ist aktuelles Problem hier auch möglich? Der alte Fritz, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Mhm. Also möglichst viel persönliche, individuelle Freiheit, um genau das zu machen. Und da kommt jetzt wieder die umstrittene Klima-Statistik von den Unternehmen. Also eigentlich 70% vom CO2-Ausstoss durch 100 Unternehmen verursacht wird. Mhm. Und dann kommen wir wieder zu der Thematik von Beat Jans. Was macht denn unser Finanzplatz so in dieser ganzen Weltgeschichte? Ähm, wo ich aber auch einfach noch nicht mehr zu sagen kann. Also es ist natürlich spannend, weil natürlich wird die individuelle Freiheit maximal beschränkt, wenn man den Planet verheizt. Mhm. Dann hast du keine Individuen mehr, die die individuelle Freiheit geniessen könnten. Ähm, ja, nur noch schnell fertig, bevor ich noch ein paar grundsätzlichere Aussagen tue, tätige, externalisierte Kost. Wenn es eine spannende Sendung ist, Herr Zene, Moment, Herr Zene, ich bin froh, wenn es eine spannende Sendung ist, aber wenn ihr diese Punkte nicht habt einbringen können, muss ich den Ball auch zurückspielen. Es sind es 20. da gewesen. Ich frage den Dominik Dobler, natürlich sind wir nicht zufrieden nach dieser Sendung. Wäre auch komisch, wenn ihr zufrieden wäre. Aber was nehmen wir damit? Also ich bin vielleicht jetzt da ein bisschen anders als meine Klimastreik-Kollegen und sage, ich sehe auch, dass es Zielkonflikte gibt. Ich glaube aber, diese müssen überwunden werden. Und was ich auch noch wichtig finde, ist zum Sägen, was man vielleicht vergesst, ist bei den Preisen von zum Beispiel Benzin, wird nicht eingerechnet, was nachher von Schaden entsteht dross und das ist einfach nicht im Preis drin. Und das, ja, das ist ein Marktversägen. Das müsste eigentlich eingerechnet sein, weil sonst der Markt gar nicht richtig spielt. Da gehören wir dann noch, also hätte man noch den Bigler gehört und gefunden hat, ja, ÖV ist 50% subventioniert und das ist auch nicht eingerechnet und, und, und. Das ist korrekt. Ich wäre dafür, dass man alle externalisierten Kosten durchrechnen und es auf den Preis draufhaut. Alle, insbesondere, auch wenn das die SVP jetzt nicht gerne gehört, bei der Landwirtschaft. Ja. Und dann können wir über Subventionen reden. Und wenn wir externalisierte Kosten haben, beim Autofahren, beim Fliegen, beim Zugfahren und so weiter, dann kann die Politik kommen und sagen, ja, macht denn das Sinn, wenn man alle externalisierten Kosten rechnet und das Autofahren ist immer noch das Billigste, macht es dann Sinn, wenn man neu mit den Mühlen eine politische Stellschraube drehen, wie damit der ÖV auch mehr genutzt wird. Mhm. Dann kann man ja darüber diskutieren. Aber solange man einfach sagt, ja, ÖV ist 50% subventioniert, darum zahlen wir als Autofahrer keine 8 Rappen mehr. Geht dann wie auch nicht auf. Also Kostenwahrheit, Kostentransparenz und, und, und. Und nachher kann man darüber reden, was ist dann sinnvoll. Und, äh, ja, wenn die Technologie so weit ist, dann wird es den Markt richten. Das ist halt schon so. Ähm, grundsätzliche Natur, äh, was ich da nach all dieser Lektüre noch mitgenommen habe, ähm, zumal ich noch schon auf den Zanetti einfach mehr oder weniger reingehe, was man immer wieder gehört, Klimareligion, sei jetzt das. Nein. Das pure Gegenteil ist der Fall. Es gibt kaum ein Wissenschaftler dieser Weg eindeutig und der mit so einer Sicherheit kann sagen, zumindest Tendenz. Ich meine, in dieser Grössenordnung, ob es 100 Jahre sind oder 500, es ist immer noch nahe. Also, und bisher mussten sie immer immer die Gäbe korrigieren. Es ist immer schneller gegangen, wie erwartet. Das heisst, nein, es ist keine Religion. Und dann gehört man immer gerne Kompensation. Ablasshandel. Ja, das ist Ablasshandel. Nein. Ablasshandel ist bei einer Religion der Fall. Vor dem imaginären irgendetwas, was es sowieso nicht gibt, ja, wir werden erwachsen, muss man sich entschuldigen und zum das Entschuldigungsschreiben in den Himmel hochzuschicken, zahlst Porto-Gebühren und Bearbeitungsgebühren bei den katholischen Kirchen oder wie auch immer und als Gegenleistung hast du nichts. Nichts. Da passiert nichts. Selbst wenn. Es passiert nichts Messbares. Ja. Kompensation. Da werden Bäume gepflanzt, da werden Öfen hergestellt, da wird weniger CO2 verblasen. Es passiert konkret etwas. Du kaufst Dienstleistungsprodukte, das für das Klima etwas bringt. Es ist also kein Ablasshandel. Einfach nicht. Dann, welchen haben wir noch gehabt? Ja, statt für den Moment. Ich verlinke das alles. Zieh zu ihr. Geile Scheisse. Wir kommen noch zum Hinweis, dass die Klimastreiken grundsätzlich keine Fan sind von dieser Art von Diskussion, wie sie da stattgefunden haben. Für uns beim Klimastreik, für ganz viele, ist mega wichtig. Wir sind nicht so wahnsinnig Fan von dieser Art von Diskussion, die wir da jetzt gerade geführt haben. Wir finden, man muss über die grossen Fragen diskutieren. Und darum laden wir alle ganz herzlich ein. Wir machen nächsten Freitag unsere Klima-Arena, die über die wichtigen Fragen... Und Sie halten das transparent auf, klimaarena.ch. Gedebattiert wird. Das ist in Ordnung, André Gigerl, das ist in Ordnung, dass ihr das macht. Das ist sogar sehr in unserem Sinn, je mehr debattiert wird über Politik, in welchem Umstand, auch immer, ob im Fernsehen oder noch einmal, ist grossartig. Ich hoffe, ihr ladet wie heute Abend eine kontroverse Runde ein. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Danke, dass ihr alle mitdiskutiert habt. Meine sehr verehrten Gäste und danke den vielen Leuten hinter der Kamera. Verantwortlich Franziska Eggli. Ja, da natürlich ein Service von unserer Seite beim Doppelag. Einfach, einfach weglassen. Nennen Sie Klima-Arena. Sehr viel geiler. Wenn wir übrigens auf Twitter, ohne Hashtag, wenn wir auf Twitter nur Klima-Arena eingibt, dann kommt als zweites unsere Klima-Arena, das das letzte Mal ums Klima gegangen ist. Ich habe dort schon Klima-Arena geschrieben. Ihr dürftet das verwenden, dann ist also frei. Klima-Arena finde ich besser. Ja, jetzt zum Protokoll von der Patti Basler. Und da zum Schluss, falls Sie jetzt nicht wissen, ob Sie es so machen sollen, oder es so machen sollen, kommt jetzt ein besonderes Highlight. Das Protokoll zu der Arena, live verfasst während der Sendung von der Patti Basler, wo jetzt, ich Sie bitte, um einen herzlichen Applaus, oder so, die, die wollen. Applaus Wem seine Zukunft wird hinter skandiert und flatternd und kreuzend mit Zeichen hantiert? Die Frage ist gar nicht so daneben, weil der Altair-Club wird nicht mehr die Zukunft erleben. Ja, auf die Strasse ging er nicht, dass Sie es ihm nicht wohl, sagt der Swiss-Männvertreter Jean-Philippe Kohl. Wenn er sich prostituiere, dann nur für etwas, was unter dem Strich rentiere. Ja, Zanetti redet Schwetti, menschgemachtes Klima gibt es nicht, bis ihm so ein Gigerl oder ein Dobbler unterbricht und so richtig vom Lederach zieht wie Frau Bühler. Zanetti sagt, hey, für uns ist es ja heute kühler und der Kohl, der macht noch kurz einen auf Berufsberater und dann steht er auf und nachher geht er. Während sich während sich das Klima weiterhin weiter erhitzt und die Regula die Altair-Rumde ein bisschen ritzt und der Burgener, der braucht Strom für die Zähne und für die Schraube, der Zanetti hat die Mitleid mit diesen Tauben wegen der Windkraft und mit den armen Insekten. Ja, und der Insektenfragen nicht unbeleckte Biegler plädiert für Strom. Aussenkühl wie ein Kühlturm und innes Atom. Der Burgener sagt zum Biegler, ja, wir können doch keine Gewinne ausschütten, nicht jeder hat eigene Hütte. Und er lacht sich ins Fäustli, weil, hey, wenn wir sparen wollen, zum Glück hat noch jeder eine eigene Karre. Ja, und dann kommt der Müller, der sich solidarisiert, hat Atomstrom strahlend seine Glatze poliert, ja, weil sie hinten so grosse Plakate aufhören, sagt er, bei ihm sei dafür die Frisur transparent. Ja, so passe ich eben besser ins Bild und dann wird es wieder ziemlich wild. Der Zanetti sagen die Jungen, der Hänge, keine Ahnung, es herrscht Notstand, es herrscht Panik. Ach was, Panik wird bei der SVP nur evoziert, wenn ein Comedian in einem Kandidat telefoniert. Dafür wäre Müller der CVP-Mann für den CO2-Ablasshandel zu haben und der Zanetti hätte fast konversiert, weil Kommunismus im Kloster ja funktioniert. Der Müller im Burgener verspricht, er sei kein Böse, er will alles technologisch lösen und die Ritz macht es, ich bin ich bei der Schülerschaft, auch ihre Hände sind ein bisschen flatterhaft, nur der Biegler, der Biegler, der bleibt sich treu, seine alten Grundsätze erfindet er nicht neu. Wenn sie nicht die Zukunft, wir hätten die Wahl, Zielkonflikte, Leben nach Ideal, Heizen mit Öl macht ja nur noch ein Öli, der Biegler sagt für alles, es steht für alles, was Wirtschaft öli, man könne sich das Klima gewisse nicht posten, aber es werde trotzdem kosten. Ja vielleicht, vielleicht sollten wir das Irland-Prinzip probieren und die Zürcher könnten in Bern CO2 kompensieren, indem man der Mist aus dem Parlament CO2-neutral für das Heizen verbrennt. Patti Basel, meine Damen und Herren. Ja, hast du noch etwas zum Klimastreik? Eigentlich nicht wirklich, ich sehe das Ganze als grosse Interesse und Generationenkonflikt, das sicher wahrscheinlich noch lange, lange, lange dahin zieht. Ja, du bist sehr gut gewesen heute. Ja, weil, ich hätte auch nichts können, um einander He-Papen, Quatsch und Zanetti rauslassen können, aber zum Beispiel haben wir uns das alles erspart. Ich habe mich wirklich, nein, es ist wirklich nicht gegangen. Klimarena, wenn ich zu dieser Aufnahme, wenn ich irgendwie ein MP4 von diesem Teil bekomme, dann können wir uns gerne ein paar Clips reinziehen, wenn nicht, dann nicht. Ja, Verabschiedung und Autor. Das ist ein Wunderschönes vom Abend und dann ein Friedrichsbruch. Auf Wiedersehen. Niemand hat die Absicht eine Maut zu erwischen. Gee, das sieht aus, dass ich morgen werde ich 10 Meter von global warming verheirat. Global warming kann cause weather at both extremes, hot and cold. Ich verstehe, so du sagst, warming macht es colder. Aber, du bist die Queen von Crazy Land? Alles ist die opposite von alles. Amazing I'm Lisa Simpson. Really? Really? Mhm. Alright. Wasser erlauben! Strauss! Nein, unterstützen wir nicht. Autos sind im Fall wirklich einfach nicht so geil wie alle meinen. Das macht einen schon sauer. Herr, vorwagend. Global Wohl, wo hängen wir? Lade ihn da. Ja, wo Zanetti genau das Argument bringt, der Boyer, das ist Wetter. Ja, also wenn ihr euch Zanetti noch geben wollt, ihr müsst einfach wirklich unter der Maske gehen, aber daran hinzugehen, er labert Scheisse. Mhm. Aber unterhaltsam. Ja. Dann würde ich doch sagen, wie immer. Liken, sharen, klicken, surfen, posten, swipen, taggen, snappen. Sharen und kommentieren. Das war's von der MetaRena53. Bis nächste Woche. Tschau zäme. Ade.